Am 19. November 1873 besucht Maggie Jordan ihren Partner, William Sharkey, im Gefängnis in Manhattan. Nachdem Sharkey einen Mann erschossen hatte, der ihm Geld schuldet, erwartet ihn dort die Vollstreckung der Todesstrafe. Maggie bekommt beim Betreten des Gefängnisses ein Ticket, das sie vorzeigen muss, wenn sie wieder geht. Wenig später kommt eine zweite Frau, Mrs. Wesley Allen, die ebenfalls ihren Mann besucht, der im Gefängnis ist. Maggie verlässt das Gefängnis um 1 Uhr am Mittag, eine weitere Frau mit einem Schleier folgt ihr wenig später. Als Mrs. Wesley Allen eine Stunde danach nach Hause gehen will, findet sie ihr Ticket nicht, um das Gefängnis zu verlassen. William Sharkey ist verschwunden. Er hat das Gefängnis offenbar mit Mrs. Wesley Allens Ticket verlassen. Ob sie Komplizin war oder ob Maggie ihr das Ticket irgendwie gestohlen hat, kann nie geklärt werden. Beide Frauen kommen straffrei davon und William Sharkey wird nie wieder von den Behörden gefunden. Für Kriminalfälle in voller Länge schaut mal auf meinem Kanal vorbei, nicht nur wenn es dunkel wird. Bis gleich!